Seid gegrüßt liebe Zuschauer von dem Toko Let's Play, mein Name ist Komana Sergio und ich mache ein Interview mit dem Thomas. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und checkt die Links in der Videobeschreibung aus. Da kommt ihr unter anderem zu meinem Kanal, dort könnt ihr euch mal meine Formate anschauen und vielleicht wenn euch das Ganze gefällt, mal ein paar Kommentare, Feedback oder sonstiges da lassen. Und wenn ihr Bock habt, dass eure Frage in dem Interview vorkommt, dann schreibt sie jetzt in die Kommentare dieses Videos und ich sage mal ciao bis zum Interview, was es auf meinem Kanal gibt.